Kim steht vor seinem Debüt bei Bayern. Auch Minit J. Kim aus Korea erfreut sich in Tokio großer Beliebtheit. Natürlich ist sein Bekanntheitsgrad in Asien enorm. Es ist gut für die Fans und den FC Bayern, dass er am Samstag spielt. Georg Holzner berichtet über Bayerns Asienreisen nach Tokio erradete am Tegernsee, absolvierte seine erste Einheit beim FC Bayern. Dies war auch während der Reise von München nach Asien der Fall. Allmählich steckt der Neuling-Minit J. Kim im Team auf. Für das erste Testspiel gegen Manchester City am Mittwoch, 1 zu 2, gönnte sich der Koreaner eine Pause, kann nun aber sein Debüt geben. Am Samstag um 12 Uhr deutscher Zeit trifft der FCB auf Kawasaki Frontale. Vielleicht ist es an der Zeit, dass der Mittelfeldspieler aus Neapel zum ersten Mal für den FC Bayern spielt. Kim wird morgen spielen, du Freund, sagte Trainer Thomas Tuchel. Wir freuen uns wirklich auf sein Debüt. Das gibt ihm die Fitness, die Spannung, das Selbstvertrauen und die Motivation, die er braucht, um an seine Grenzen zu gehen. Seine Leistung noch weiter. B. Ertuchel ließ die Startaufstellung offen. Chef Trainer ließ offen, ob es überhaupt reichte, um zu spielen oder nicht. Auf jeden Fall bringe Kim sehr viel Qualität in die Mannschaft. Er sei ein stabiler Spieler. Der sowohl im Innenverteidiger, halb links und halb rechts, spielen kann, er spielt auch zwei Flügel in Neapel. Außerdem wird auch Kims zukünftiger Verteidigungspartner zurückkehren. Auch Mati Stilett wird zurückkehren, verrät Trainer Tuchel, jetzt haben wir mehrere Optionen. Jampawa und der Y-O-T ab AMI-Kano sind noch dabei, beide starten am Mittwoch gegen Manchester City.